hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft badwars hier auf dem gomrad netz server vielen dank genau und zwar kein badwars nehmen wir spielen kurs ein badwars ähnliches spiel wie etwas auch und ich habe mir gedacht weil kurs hier ist wie badwars habe ich mir gedacht das nehme ich auch mit unter einer serie und etwas auch da wird dann jetzt im klag in so eckklammern immer hinterstehen welchen spielmodus wir jetzt davon genau spielen gleichzeitig zeige ich euch auch noch neue ein echt geiles texture pack und da siehst du noch neue stimme denn ich habe jetzt ein extra bekommen um nicht nur aufzunehmen ich bin gespannt wie das bei euch ankommt ja also drei neue sagen in einem video das ist viel oder er und zwar passend es gibt nämlich vier neue kurs maps hier auf gomad net also vielleicht sagt sagt euch hier das eine oder andere was oder auch nicht genau wir sagen wir gehen gleich mal auf auf die netzware das ist eine neue karte genau die mod ja da hat man schon hört 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 ja da sieht man auch genau werd ich noch sehen also ist stumm auf kregen ich Claudio ok werde ich auch nur gleich sehen was der bogen der bogen jetzt aussieht denn das ist eigentlich das item was am stärksten verändert ist genau und gleich geht's los genau da sieht man auch schon kommt das zweig herzustellen und noch zwei und hier den bogen hier in der hand ja nicht so ein bisschen anders aus nicht wahr genau ich baue jetzt hier erst mal nirgten war dann aber gleich dir gleich dies nicht gerade noch rübergekommen genau gut da habe ich mir erstmal ein paar dies geholt denn die hier kann man mich auch zurück kraften zum normalen bett wort sich jemand ein genau dann brauche ich mir erst mal eine werkbank das hat auch alle legt die oben drauf kann ja nicht haben wir machen wir uns erstmal eine tierrüstung genau dann man passt die gieß um die erwartung zu machen die ich werde den hier auch wichtig aus wie ich finde genau genau so da sieht man schon 4 Wir hatten den auch interessant aus. Genau, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Wildcore. Da. Wir haben nicht gut eingebaut, die Gegner. Da sehe ich mal. Gut, dann kann ich vielleicht auch gleich mal den Weg von dem benutzen, den sie hier genommen haben. Aha. Das ist mal ein bisschen zu gefährlich. Ich mache lieber noch den Weg ein bisschen sicherer. Also die haben schon, die blauen, die haben hier schon gut gearbeitet. Ach, hier haben sie sich. Aha. Gut. Da sind wir in der Mitte. Ah, so nett. Ah, der Typ. Nee, 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 nee. Jetzt nehmen wir auch mal die Animation davon. Ich hände die bloß schnell weg. Bevor ich hier noch abgeschossen werde. Jetzt nehmen wir auch schon die tolle Animation. Wir sind hier auch schon los. Das ist alles. Ich habe noch mal die Attack- oder? Wir sind hier auch dran. Ich habe noch die Tolle-Moe, die muss man hier einsetzen. Jetzt ist das genauso. Ich habe noch die Eier. Ich habe noch die Eier. Und ich habe noch die Eier. Nein! Fuck, Mist! Hat jemand Dias geholt? Nee. Bist du blöd. Wir haben nur eine. Nur noch ein Diamant und der nützt uns jetzt leider eigentlich nicht viel. Verflixt nochmal! Verflixt! Wir haben auch einen Diatypen auf unserer Seite. Das ist doch schön. Genau. Ich frage auch mal, wenn andere da was mit schießen. Wie viel Rückstoß haben die da drauf? Hä? Was? Haben die sich da Rückstoß drauf verzaubert? Oder wie? Oder was zu Füß? Äh. Wie? Was zum? Wie zum? Wieso zum? Äh. Wie? Tja? Wie? Wie das? Was? Gut, wir haben da wieder. Äh! Warte! Häkknd dir oder was denn Fisch? ganz ruhig, ganz ruhig, das sieht nur so aus. Ist er auf uns? Ja. Na, da haben wir. Da sind wir, hier sind wir in der Mitte. Ich bin sauer, ich bin sauer. Falls es interessiert, ich nehme meine Stimme mit Audacity auf. Die haben doch 100% die Höchste aus drauf verzaubert, das wette ich. Na gut, das war es meine Stimme, das muss ich zugeben. Genau. Der, dran drunter, es gab schon welche, die waren ziemlich lang. Genau. Und da haben die, sind die Kurs, und da kommt gleich mal jemand. Und, äh, wie, warte. Ich habe genauso viel dazu geschlagen und er kriegt einfach keinen Schaden. Hat er ein Tierschwert oder hat, warte. Oder was hat er? Also, ich bin gerade hier teilweise etwas hart los. Okay, aber ich glaube, der Blaue mit der Eisenrüstung ist entfallen. Sehr schön. Gute Teamarbeit. Welcher Chor? Ah. Amtson erledigt. Gut. Ich kann nicht in die Mitte gehen. Nein, mein Lieber, nein. Moment, Eisenblock. Oh, Moment, Eisenblock. Verkauft ich mir doch gleich mal eine Rüstung. Ja, ja, ja. Das sieht aber auch interessant aus. Hm. Packe ich die Eisenbahn mal wieder rein. Und die Stöcke auch gleich mit, dass es sonst so kommt. Ja, genau. Ich brauche eine Eisenspitz. Hacke. Ich habe schon eine. Wir haben immer noch Biertypen im Team. Bock? Mist. Ach, dieser war ich jetzt selber dran zu holen. Watt, Chor. Auf kurz. Für dich doch. Oh. ā much. Da bin ich jetzt. Horst du dich doch. Ah. Naistin. Ich schaff. Und jetzt schon gucken. Ich bin doch hier, Wutte! Ich bin doch hier. Jetzt setze ich mich mal ins Verderben, damit ich hier nicht groß verbrochen zu müssen. Da ist von fünf Kissen darunter, das ist doch gar keine schlechte Bilanz. Möchte ich jetzt mal meinen. Manchmal halt nicht so die Chance, offensiv zu gehen. Das war so blöd. Das war sowas von blöd. Die blauen Versuchen in den Spawnbereich zu kommen. Ich versuche jetzt mal den den Weg abzuschneiden. Da mal einen weniger. Oh Gott, hat nicht so geklappt. Aber ich fand, ich habe ganz gut die so ein bisschen aufgehalten. Damit die anderen sich regenerieren konnten von meinem Team. In dem Moment passen die nicht so auf. Und so ist. Oh Gott. Aber ich glaube, der Spieler ist da gestorben, der dann noch den Chor versucht hat abzubauen von uns. Und er ist weg. Und er ist weg. Und er ist weg. Und er ist weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach, Gott, Mist. Ich bin auch Team Rot gewonnen. Spüre ich. Ah. Aber auf jeden Fall ein GG. Woll ich mal sagen. Ich muss mal kurz auf die Aufnahme gucken. Ja, 20 Minuten. Ich würde sagen, das war's für die Aufnahme.